MeisterTask Pro hat alles, was Sie für die professionelle Aufgabenverwaltung im Team benötigen. Sehen wir uns an, was die Pro-Version so bietet. Angefangen mit MeisterTasks Dashboard. Dies ist ein persönlicher Bereich, den Sie einrichten können, wie Sie es möchten. Das fängt schon bei dem Hintergrundbild an, das Sie hier hochladen können. Wichtiger jedoch sind die Widgets, die Sie hier ein- und ausblenden können, Benachrichtigungen von Ihren Kollegen, eine Liste all Ihrer Aufgaben inklusive Sortier- und Filterfunktionen und die Arbeitsstunden, die Sie zuletzt in MeisterTask erfasst haben. Auf der linken Seite sehen Sie Ihre aktiven Projekte und natürlich gibt es hier keine Limitierung bezüglich der Anzahl. Um Struktur in diese Liste zu bringen, können Sie Projekte in Gruppen unterteilen und diese jederzeit ein- oder ausblenden. Bevor wir uns die Projekte genauer ansehen, lassen Sie mich Ihnen einen besonderen Bereich zeigen, den Sie nur in MeisterTask Pro und Business finden. Die Agenda dient als Ihr persönliches Masterboard und bietet Übersicht über alle Aufgaben, die für Sie im Moment relevant sind. Ich habe hier vier Spalten erstellt, um meine Aufgaben zu unterteilen und zwar in jene, um die ich mich heute kümmern muss. Aufgaben, die als nächstes anstehen, Benachrichtigungen, auf die ich noch reagieren muss und Aufgaben, die mir zwar nicht selbst zugewiesen sind, aber die ich trotzdem im Auge behalten will. Sie können Aufgaben aus all Ihren Projekten an Ihre Agenda pinnen, egal wem diese zugewiesen ist. Okay, sehen wir uns als nächstes an, was Sie alles in Projekten machen können. Hier können Sie so viele Spalten erstellen, wie Sie möchten, um den Workflow Ihres Projekts zu visualisieren. Wenn Sie nach der Kanban-Methode vorgehen, können Sie für Spalten auch Work-in-Progress-Limits festlegen. Zusätzlich können Sie individuelle Spalten jederzeit ausblenden, wenn Sie sie gerade nicht brauchen. Natürlich können Sie nicht nur private Projekte anlegen, sondern auch Kollegen oder Kunden dazu einladen. Dabei ist es egal, welches Abo diese haben. Basic, Pro und Business-Nutzer können alle gemeinsam an Projekten arbeiten. Jede Aufgabe bietet Platz für Unmengen an Informationen. Neben einer Beschreibung können Sie auch ein Fälligkeitsdatum angeben, mehrere Checklisten anlegen, Dateien anhängen und sich über Kommentare mit Ihren Kollegen in Echtzeit austauschen. Doch mit MeisterTask Pro können Sie Ihre Aufgaben nicht nur abbilden, sondern auch automatisieren. Wenn Sie zum Beispiel dieselbe Aufgabe immer wieder erledigen müssen, können Sie diese einfach in eine wiederkehrende Aufgabe verwandeln und dafür den passenden Intervall einstellen. Oder vielleicht wollen Sie eine Automation für eine ganze Spalte erstellen. Mit dieser hier fügt MeisterTask eine vordefinierte Checkliste automatisch allen Aufgaben hinzu, die durch diese Spalte wandern. Um noch effizienter zu arbeiten, können Sie Ihre Projekte in MeisterTask Pro mit verschiedensten anderen Tools verbinden, die Sie bereits nutzen, wie etwa Slack, Zendesk, Google Kalender und so weiter. Diejenigen unter Ihnen, die Einblicke in die Produktivität Ihrer Teams brauchen, können auf MeisterTasks Statistiken und Berichte zurückgreifen. Mit nur wenigen Klicks finden Sie die Informationen, nach denen Sie suchen und können diese im CSV-Format herunterladen, um Sie dann an Vorgesetzte oder Kunden weiterzuleiten. Der letzte große Unterschied zwischen MeisterTask Pro und dem kostenlosen Basic Plan ist, dass Sie auf dem Pro-Level ein Team bilden können. Als Team-Administrator können Sie alle Lizenzen Ihrer Organisation zentral verwalten und Team-Mitglieder einfach hinzufügen oder entfernen. MeisterTask Pro ist die ideale Wahl für kleine und mittelständische Unternehmen. Aber wenn Sie mehr über MeisterTasks Pläne und die darin enthaltenen Funktionen erfahren wollen, schauen Sie einfach auf meistertask.com slash pricing vorbei.